Hallo, mein Name ist Delia, ich mag die Lehre im dritten Lehrjahr als Kauffrau E-Profil. Kommt mal mit, ich zeige euch ein bisschen was. Zu meinen Arbeiten gehören Telefonabläden, Kundenanfragen entgegennehmen, Stellungen schreiben und noch viele andere Sachen, das ist sehr sehr vielfältig. Kannst du das bitte rüsten? Nein. Das Tolle an Karolik AG finde ich, dass wir viele Geschäftsreisen machen, also wir sind mit der ganzen Firma zusammen weg. Wir haben Schulungen jeden Dienstag und die haben dann vieles Neues über Produkte kennenlernen. Als Lernen kann man die verschiedenen Bereiche durchgehen und lernt so wirklich jeden Bereich kennen, die man noch im Beruf haben wird. Es ist sehr sehr familiär und darum ist das Team auch super toll. Es macht richtig Spass, man kann Witze nicht machen, aber trotzdem sind alle sehr ernst dabei. Es ist wie eine grosse Familie. Und jetzt geh ich bei meinen Kolleginnen zum Mittagessen. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Tschüss, Mama, bis später! Ciao, ciao!